Willkommen im Wohnwagen. Sein Name ist schon mehrfach in unseren Akten aufgetaucht, aber bisher wussten wir nicht, welche Rolle er spielt. Willkommen, wo es zur Sache geht. Ein Ecstasy-Produzent. Was stellst du dir vor? Undercover-Ermittlungen. Du bist einfach nur ein Gast auf einem Campingplatz mit einer kleinen Transportfirma. Meine Nachbarn. Lust auf Camping? Was ist? Übertreibst du nicht etwas? Das ist ein Campingplatz. Was passiert, wenn man mich bescheißt? Lust auf Abgefahren? Ich kenne deine Sorte. Die neue Serie. Undercover. Mittwoch, 21.45 Uhr.